Du hast mir nichts als Pech gebracht, hast mich nur belogen, du hast mich auch der Lächerlichkeit ausgesetzt. Und mein Konto überzogen, vollgemacht von meinen Eltern, war dieses Konto eine Welt für sich, eine Welt, die mich ernährte. In dem Kosmos meines eigenen Daseins und du gehst nicht weg aus meiner Wohnung. Und die Wohnung, die gehört doch mir, warum ist ja meine Wohnung und meine Wohnung ist nicht mehr deine Wohnung. Auch wenn du jetzt noch hier bist, du bist nur eine Fotografie, hab ich geschlossen. In meinem Wahrnehmersystem wirst du in Zilloloid gegossen. Ein schlechter Mensch, das bist du, du bist nicht okay. Und du bist bestimmt nicht so toll wie Yoko Ono. Eine Frau, die kreativer war als der Indische Ozean und Moses zusammen, damals, als sie gemeinsam am Telefon Äpfel zersägt haben, die... Um... Das wird wiederholen.